Würdest du nach Saudi-Arabien gehen? Bei so einem dicken Angebot? Wenn jetzt einer zu dir hingeht und sagt, Marius, 100 Millionen für zwei Jahre. Würde ich es wahrscheinlich machen, ja. Das ist ehrlich, kann man verklatschen. Das ist eine ehrliche Antwort. Ich glaube, da kann man auch keinem Spieler einen Vorwurf machen. Hey, absolut nicht. Also ich finde, das ist das Geringste, was man machen kann, dass man den Spielern einen Vorwurf macht, weil ich weiß nicht, welcher Spieler das jetzt gesagt hat, wohin gewechselt ist. Von Chelsea. Da hat er gesagt, ich mache es wegen dem Geld, ganz klar, weil ich kann jetzt in meinem Dorf ein Krankenhaus bauen, ich kann eine Schule bauen. Ja, also wenn man dann einen Spieler noch einen Vorwurf macht, der das macht, verstehe ich dann auch nicht.